Willkommen im Wendelin in Rien. In unserem modernen und wohnlichen Haus bieten wir grosszügige und gemütliche Zimmer und unser kompetentes und freundliches Personal sorgt für das Wohl unserer Gäste. Wir bieten unter anderem pflegerische Dienstleistungen, Trainings- und Unterhaltungsaktivitäten sowie einen Mittagstisch, an dem gerne auch Gäste von ausserhalb teilnehmen dürfen. Das Pflegeheim Wendelin bietet eine breite Palette an Aktivierungs- und Unterhaltungsmöglichkeiten. Betagte Menschen werden morgens von unserem Transportdienst abgeholt und können tagsüber unser vielfältiges Angebot nutzen. Unser Tagesheim stellt eine ideale Ergänzung zum Alltag dar. Abends werden die Senioren aus dem Tagesheim wieder nach Hause gebracht.